Der Bruder fragt, ist es eine Sunnah, Datteln ungerade zahlt zu essen? Ja. Gibt es einen Hadith, wo der Prophet s.a.w. das auch gesagt hat, dass es gut ist, wenn man zum Beispiel die Ajwa-Datteln morgens sieben Stück, sehr ungerade. Deswegen der Prophet s.a.w. hat auch die Ajwa-Datteln sieben Stück am Morgen gegessen. Er hat gesagt, wer das macht, der wird geschützt von Allah s.a.w. Ihn trifft keine Krankheit, kein Gift usw., das heißt, er wird von Allah geschützt.